Kaktus 1549, Piste 04, Start frei. Kaktus 1549, Start frei. Es begeistert mich immer wieder, wie schön es hier oben ist. In der Luft ist das Leben leichter. Medea, 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 hier Kaktus 1549. Schubverlust bei beiden Triebwerken, neben Kurs zurück auf La Guardia. Notfall, beidseitiger Triebwerksausfall, er kommt umgehend zurück. Heute beginnen wir mit unserer Untersuchung des Absturzes von US Airways Flug 1549. Kaktus 1549, wollen Sie versuchen auf Piste 13 zu landen? Negativ, wir enden möglicherweise im Hudson. Das war kein Absturz, es sind beide Triebwerke ausgefallen, in geringerer Höhe, als es je bei einem Jet der Fall war. Mit 155 Seelen an Bord. Kaktus 1549, Linksplatzrunde Piste 31. Negativ. Okay, was brauchen Sie um zu landen? Niemand wurde jemals für einen Vorfall dieser Art ausgebildet. 1549, Piste 04 ist verfügbar. Ich glaube, wir erreichen keine mehr Pisten. Was ist rechts von uns? Rechts von Ihnen ist der Teterboro Airport. Auch wenn Sie das frustriert, aber es ist unsere Aufgabe zu untersuchen, weshalb dieser Flug im Hudson River endete. Und wenn ich mich geirrt und das Leben all dieser Passagiere in Gefahr gebracht habe? Okay, jetzt machst du mehr Angst, Ali. In Teterboro ginge Piste 01. Nicht machbar. Okay, welche Piste in Teterboro hätten Sie gern? Eine Million Passagiere in 40 Jahren. Aber am Ende beurteilt man mich anhand von 208 Sekunden. Uns bleibt nur der Hudson. Wie bitte? Wiederholen Sie, Kaktus. Hier spricht der Kapitän. Sicherheitsposition einnehmen. Das Vorgehen des Iran hat die zivilisierte Welt zutiefst erschüttert. Los, los, los! Alles vernichten! Unsere Botschaft wurde gestürmt und mehr als 60 amerikanische Bürger werden als Geiseln gehalten. Wenn wir hier weg wollen, müssen wir sofort raus. Was ist passiert? Sechs Geiseln konnten durch einen Hinterausgang entkommen. Wo sind sie? Im Haus des kanadischen Botschafters. Die schicken die Revolutionsgarden von Tür zu Tür. Wenn die Leute sterben, dann ein furchtbarer Tod. Das Weiße Haus? Will die sechs rausholen. Wir dachten dabei an Fahrräder. Liefern Sie die sechs Fahrräder zusammen mit Landkarten. Oder schicken Sie in Schlitzräder mit und empfangen Sie sie an der Grenze mit Gatorade Rings. Wenn nicht ein Wunder geschieht, kriegen wir sie da nicht raus. Na, kleiner Mann? Was sehen wir uns da an? Ich habe eine Idee. Sie sind ein kanadisches Filmteam, das da einen Science-Fiction-Film dreht. Ich fliege nach Teheran und wir alle fliegen als Filmteam wieder aus. Sie müssen mir helfen, einen fingierten Film zu drehen. Sie wollen nach Hollywood kommen und einen Filmbus machen, ohne wirklich was zu tun? Ja. Dann passen Sie da hin. Sie brauchen ein Drehbuch? Argo, ein Science-Fiction-Fantasy-Abenteuer. Mondlandschaft, Mars, Wüsten. Wir brauchen einen exotischen Drehort. Sie brauchen einen Produzenten? Wenn ich einen fingierten Film drehe, wird's ein fingierter Kassenknüller. Haben Sie keine bessere blöde Idee als die? Das ist die beste blöde Idee, die wir haben, Sir. Mit Abstand. Sie haben 72 Stunden, um sie rauszuholen. Hier ist Besuch für Sie. Haben Sie so schon mal Leute befreit? Nein. Sie erwarten, dass wir Ihnen unser Leben anvertrauen. Das ist mein Job. Und ich habe noch nie jemanden zurückgelassen. Wir wissen, wer Sie sind und dass Sie sich verstecken. Es ist vorbei, Tony. Wenn Sie hierbleiben, werden Sie geschnappt. Aber vermutlich nicht lebend. Wir sind für diese Menschen verantwortlich. Ich bin verantwortlich. Glauben Sie, Ihre kleine Geschichte ändert was, wenn man uns eine Knarre ins Gesicht hält? Ich glaube, dank meiner kleinen Geschichte hält man Ihnen keine Knarre ins Gesicht. Ist das etwa der berühmte Michael Finke von der New York Times? Ich denke, nach drei Jahren kannst du mich auf Mike nennen. Kannst du dir heute freinehmen? Ich bin gerade auf dem Weg ins Büro. Mach nicht so lang. Ich liebe dich. Ich wollte mit diesem Artikel das Leben junger Menschen retten. Ich sollte es doch ausschmücken. Ich sagte ausschmücken, nicht ausdenken. Ich habe das Beste rausgeholt, was ging. Sie haben sicher eine Zukunft, Mike. Aber nicht bei uns. Weißt du, ehrlich gesagt, bin ich ganz froh, dass du nicht mehr für die Times arbeitest. Du hattest dich dann in ein ziemliches Arschloch verwandelt. Hallo? Hallo, ich bin Reporter beim Oregonian. Ich hatte ein paar Fragen zu Ihrer Sicht auf den Christian Longo Fall. Wer? Er hat seine ganze Familie umgebracht. Warum erzählen Sie mir das? Als Sie ihn festgenommen haben, hat er behauptet, er sei Mike Finkel. Von der New York Times. Und hat er gesagt, warum er sich für mich ausgegeben hat? Ich hatte gehofft, dass Sie mir das sagen können. Er galt als intelligenter, unauffälliger Typ. Eines Abends kommt er nach Hause und tötet Frau und Kinder. Das ergibt keinen Sinn. Danke, dass Sie diesem Treffen zugestimmt haben, Mr. Longo. Nennen Sie mich Chris. Also, warum ich? Ich habe alles von Ihnen gelesen. Es ist, als ob ich Sie kennen würde. Ich will Ihnen die Wahrheit erzählen. Nur Ihnen. Obwohl, es spielt sowieso keine Rolle mehr. Die Wahrheit spielt immer eine Rolle. Zumindest für Sie. Diese Story ist absolut einmalig. Das ist eine zweite Chance, verstehst du? Sie sind ein geächteter Mann. So jemand wollte ich nie sein. Er ist schon der, der er sein will. Hallo? Jill, hey. Schön, Sie kennenzulernen. Chris? Mike hat sich wie ein richtiger Freund verhalten. Ich hoffe, dass wir beide auch Freunde sein können. Ich glaube, dass wir es mit einem extrem gefährlichen Mann zu tun haben. Sie hatten so viele Storys zur Auswahl und entscheiden sich ausgerechnet für seine? Eigentlich hat er sich für mich entschieden. Ich würde eher sagen, dass er sie benutzt hat. Wir glauben, dass sein Fall in einem größeren Zusammenhang steht. Es geht hier nicht allein um mich. Wen? Wen müssen Sie beschützen? Das kann ich nicht sagen. Du glaubst, dass er unschuldig ist, oder? Mein ganzer Ruf steht auf dem Spiel. Geben Sie mich nicht auf. Wollen Sie wirklich derjenige sein, der Ihnen zur Freiheit verhilft? Hör auf damit! Chris. Ich heiße Daniel Lugo und ich will die Welt zu einem besseren Ort machen. Sie arbeiten hart. Und das Leben, was gibt es Ihnen dafür? Eine große Portion Schande mit Scheiße als Beilage. Seien Sie kein Schwacher. Seien Sie ein Macher. Ich hatte eine Frau und zwei wunderschöne Töchter. Gott sei Dank habe ich mich scheiden lassen. Denn jetzt habe ich sieben hübsche Hühner, unter denen ich wählen kann. Wahnsinn. Der Kerl versteht mich. Wir haben doch was Besseres verdient. Ich auf jeden Fall. Mr. Dorbe, nehmen Sie momentan Steroide? Hat das Zeug mich fertig gemacht? Wer braucht mein Eier, um mir zu erscheinen? Meine sind eher Rosinen. Wenigstens sind die ihre mit Schokolade überzogen, also... Oh Gott, Entschuldigung. Wir werden kleingehalten von Leuten, die sich ihren Reichtum ergaunert haben. Das werde ich ändern. Wir können ihn doch nicht kidnappen und seine Sachen klauen. Doch, können wir. Er ist ein Krimineller. Wir brauchen was, um Menschen zu shoppen, kampfunfähig zu machen und einzusperren. Tazern Sie mich! Tazern Sie mich! Eagle ist unterwegs. Habt ihr ihn? Wo ist er? Nein! Tieten! Ihr habt den falschen BMW. Wir dachten, das wäre sein Auto. Der Wagen sieht genauso aus. Walken to the club, like, wait up, I got a big cock. Diese Typen haben alles mitgehen lassen, was man ihnen gehörte. Danke, Kumpel. Das ist alles notariell beurkundet und die genießen das jetzt. Ich werde es dir besorgen. In just style. Was ist los mit euch klauen? Schnell, schnapp dir den Gartenflag. Damit du Bescheid weißt, du kriegst erst einer von die Nuss und gehst K.O. Hast du Blödsinn gebaut? Ja, ja, ja. Ein bisschen vielleicht. Die haben mein Zeh erwischt, da sieht man ihn knacken. Na, du Kleiner? Hast du Hunger? Was trappst du denn da unten? Das tut weh. Das gehört dazu. Ohne Fleiß keinen Preis. Jetzt stelle ich nicht so an, Rusty. Klotz nicht so blöd. Ich sehe, wie deine Mutter dauernd herschiel zu mir. In einer Woche bin ich dein Stiefvater. Guten Morgen, ihr da draußen. Es ist jetzt 7 Uhr morgens hier in Canyonland, USA. Hey, Aaron. Mom hat von dir immer noch nichts gehört. Würdest du sie bitte mal anrufen? Ich melde mich wieder. Und heute Morgen begrüßen wir hier bei uns unterm Felsen einen ganz besonderen Gast. Aaron Rodster. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Danke. Danke. Habt ihr euch verlaufen? Ich kenne mich hier aus. Was sagt ihr? Denkt immer dran, alles wird gut. Oh mein Gott, Aaron! Und stimmt es, dass du niemandem gesagt hast, wohin du gehst? Ups. Ich stecke jetzt bereits seit 24 Stunden in dieser Felsspalte fest. Ich muss mich unbedingt warm halten. Ich habe noch etwa 150 Milliliter Wasser. Das sollte mich am Leben halten. Bis morgen, Nacht. Wenn ich Glück habe. Das war's dann. Gib nicht auf. Aaron, gib nicht auf. 127 Hours. Denne ist im Kino. Sie haben einen Bruder im zweiten Bataillon. Ja, Sir. Ist er... ...am Leben. Und mit ihrer Hilfe wird es auch so bleiben. Sie sind in eine Falle geraten. Ihr Befehl lautet, die Nachricht zu überbringen, dass der morgendliche Angriff abgesagt ist. Falls nicht, verlieren wir 1600 Mann. Darunter ihr Bruder. Es gibt nur einen Weg, diesen Krieg zu beenden. Kämpfen bis zum letzten Mann. Was zum Teufel sei, der Platz, Korporel? Nein! Nein! Sollten Sie scheitern? Gibt es ein Massaker? Viel Glück. Wisst ihr, was ich hier sehe? Eine Menge ungeschliffenes Talent. Style. Überheblichkeit. Die Leute haben Angst vor euch. Die denken, ihr seid gefährlich. Aber ihr habt etwas zu sagen. Und das muss die Welt hören. Bereit für den Scheiß? Na klar. Ist klar? Na klar. Mit deiner Plattenspielerei kannst du hier keine Rechnungen zahlen. Was laberst du denn? Ich bekomme noch Kohle. 50 Dollar, Andre? Glaubst du, du bist jetzt reich? Ist ein Anfang. Hey Cube. Bist du jetzt für Eid? Der Scheiße, den du kennst, Nicke. Das sind deine Texte? Krasser Scheiß. Ich mach nichts anderes, Alter. Ich hab einen heftigen Beat. Und einen Text für echten Straßenrap. Und was willst du damit machen? Ih, das war dope. Der Scheiß war dope, Mann. Du bist ein Genie. Wofür steht eigentlich N.W.A.? So was in der Art? Nein. Habt ihr eigentlich irgendeine Ahnung, wie viele Platten ihr verkauft? N.W.A. startet durch. Ihr seid überall. Diese Songs verherrlichen Gangs und Drogen. Unsere Kunst spiegelt unsere Realität wieder. Die Polizeigewalt gegen Rodney King war schockierend. Leute wie ihr verändern so eine Scheiße. Das ist eine Drohung von unserer Regierung. Erzähl ein bisschen Wahrheit und die Leute rasten aus. Die Darbietung des Songs F the Police ist ihnen hiermit untersagt. Die wollen uns vorschreiben, welchen Scheiß wir spielen dürfen. Aber wir sind N.W.A. Yo, Drake. What up? I got something to say. Ich will dir ein neues Auto kaufen. Was soll ich mit dem neuen Auto? Mein altes Pferd doch noch. Ich will gar nichts. Alles muss immer kompliziert sein.